Wunderschöne Musik und damit herzlich willkommen. Ich bin Kenji vom Schlangenklamm und mein Vater brachte Unheil über die Welt. Diese doofen Bauern, warum sind die auch so schwach? Aber ich mag sie, wir können Reis anbauen und ich mag Reis. Wir haben keinen Reis mehr. Ja, das wissen wir mittlerweile. Du brauchst es mir nicht jede Sekunde erzählen. Ich habe drei Typen, die hier farmen. Das reicht. Wir haben keinen Reis mehr. Deine Mama. Ja, dann sterbt eben alle. Mann, es kann doch nicht angehen. Ein How to make Lenny angry. Ey, das... Ey... Ich fack dieses Spiel gerade ab. Dieses Spiel fängt an zu nerven, wirklich. Wir haben keinen Reis mehr. Wir haben keinen Reis mehr. Ich habe hier drei Bauern, die die Felder bestellen. Nein. Wir haben keinen Reis mehr. Wir haben keinen Wasser mehr. Du hast immer irgendwas zu sagen, ne? Du hast echt so ein Mitteilungsbedürfnis. Nie, wir haben keinen Wasser mehr. Jetzt haben wir keinen Reis mehr. Wo ist mein Held? Was für ein Befehl habe ich dir gegeben? Ey... Halten wir uns einfach mal nicht dran. Sind wir mal witzig? Oder was? Ey, Befehlsverweigerung. Kopf ab. Ey, das ist doch nicht wahr. Wir haben keinen Reis mehr. Wir haben keinen Reis mehr. Nochmal. Einmal noch. Ich stehe jetzt noch einen ab. Und wenn wir nochmal kommen, ist mir... Wir haben keinen Reis mehr. Komm ich vorbei in deine Synchronsprecherhütte und schlachte dich ab. Echt? Ja, jetzt ist es vorbei. Du hast es so gewollt. Ich komme vorbei. Und... Echt? Was wird das? Spaziergang im Mondschein oder was? Wir haben keinen Reis mehr. Oder was hast du mir zu sagen? Hast du mir noch was anderes zu sagen? Irgendwann. Irgendwann finde ich diesen Synchronsprecher. Und dann kriegt der so eine auf die Fresse. Dann frage ich mich. Na, haben wir Reis? Und dann kriegt der eine Budspencer-Gedächtnisschelle genau zwischen die Augen. Aber Halle... Es dauert nicht mehr lang. Mach ich dich aus, finde ich. Glaub mir. Falls du dieses Video siehst, was Unwahrscheinlich ist bei 25 Klicks. Aber... Ey. Brrrr! Das ist die Krönung von diesem tollen Spiel. Brrrr! 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 Die Night! So, ich beruhige mich jetzt mal wieder. Bist ein feiner Bauer. Boah, hast du fein gemacht. Und du hüllst dein Wasser. Wir brauchen das Wasser. Ansonsten kommt die tolle Statusmeldung. Wuuu! Ich feier das! Wir haben kein Reis mehr! Muuu! Ach so! Schön, dass du sagst! Das ist aber nett von dir! Vielen Dank.